Und was bieten wir unseren Kunden in der Woche 34 und Woche 35 als zusätzliches Angebot? In den Wochen 34 und Woche 35 kommen alle Schüsselliebhaber noch einmal für den Sommer auf Vorgeschmack. Denn unsere Schüssel, die der ein oder andere vielleicht in einem Ockergelb von früher kennt, von Oma oder von Mama, ist im 6 Liter Fassungsvermögen im Angebot. Preis 29,90 Euro. Was kann ich mit dieser Schüssel alles tun? Ich kann sie nutzen, um zum Beispiel hier die Backzutaten reinzugeben, einen Hefeteig herzustellen. Es pengt auch hier. Weihnachten ist ja nicht mehr weit. Plätzchen müssen irgendwann auch gebacken werden. Also kann man die schon mal auf Vorrat zu Hause hinstellen. Wer kein Backfan ist, ist vielleicht auch ein Salatfan. Einmal hat immer irgendjemand Geburtstag. Kartoffelsalat, Nudelsalat geht immer. 6 Liter Fassungsvermögen kann ich das sehr schön hier drin vorbereiten. Ich kann sie in den Kühlschrank reingeben. Dadurch, dass sie schön flach ist, kann ich auch noch was oben drauf stapeln. Und wenn ich sage, ich möchte es in dieser Form auf den Tisch stellen, kann ich sie auch noch umfüllen. Aber für den Kühlschrank finde ich es eine ideale Größe, weil sie schön flach ist. Ich kann sie mitnehmen, kann sie füllen, zum Beispiel mit Eiswürfeln und kann hier meine Getränke wie Limo, Bier oder was auch immer hier mit reingeben und kann das mit einsetzen. In den Wochen 34, Woche 35 ist unsere Schüssel, sie heißt BIC, für 29,90 Euro für alle unsere Gäste zu haben. Also los geht's. WhatsApp-Tuber-Partyplan, Live-Partyplan geht wunderbar bei dem schönen Warm und dann wünsche ich euch viel Erfolg für die Woche 34, Woche 35.